Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen und wunderbaren Folge mit Horizon Zero Dawn. Ich grüße euch, hallöchen. Und wenn ihr schon da seid, lasst mal direkt ein Like da. Dankeschön, wir sind hier in der Brutstätte. Und zwar in einer infizierten Brutstätte. Und das wird jetzt very lustig. Aha. Und wir müssen wahrscheinlich hier runter. Hi, Lixblechle. Hier, guck mal, was hier los ist. Hoihoihoihoi. Gibt's hier auch wieder ein paar versteckte Sachen, die wir mitnehmen können? Uh, da werde ich mich mir ja umgucken. Okay, wir gehen mal hier rüber. Vielen Dank. Holy moly. Oh, da ist schon mal eine Kiste, die nehme ich mit. Dankeschön. So, okay, wo sind wir jetzt hier? Okay, wir müssen da entlang. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Erstmal werde ich hier Sachen nacharbeiten. Uh, die Behälter sind leer, das ist schlecht. Okay, vielleicht soll ich mal wieder auf meinen Bogen ausweichen. Ich glaube, das wäre besser. So, okay. Alles klärchen. Weil der Bogen ist, glaube ich, dann doch ein Ticken besser als das andere Zeug. Okay, alles klar. Uh, da gibt's auch noch was. Warte. So, was haben wir hier Schönes? Nehme ich mit, nehme ich mit. Okay, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Dankeschön. Und den Rest brauche ich nicht. Tja, dann wollen wir doch mal. Okay. Was gibt es denn hier alles so Schönes, ha? Okay, da geht's weiter. Okay. Okay, 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 alles neu ist da. Oh. So, die ist schon mal hinten. Okay. Das ist schon mal gut. So, jetzt müssen wir noch einen Weg nach oben finden, ne? Und hier aus, weil ich sie wohl nicht schließen. Ich muss rüber gehen. Okay. Wie komme ich jetzt so hoch? Was ist das? Okay. Okay. Na, das sieht doch gut aus. Komm mal auf, jeder. Guck mal. Okay, sehr schön. Ist ja gut, dass da so hier beleuchtet ist, der Weg, ne? So. Okay, erstmal kommen wir hier rein. Was ist da drinne? Dankeschön, nimm es natürlich mit. So, okay. So. Oh, sie ist in der Luft. Okay, muss ich jetzt wieder runter? Ach, sagen wir mal. War es dann doch zu weit? Das ist aber nicht fair, ja. Okay. Okay, okay. Ah, daran kann ich mich noch retten haben. Oh, 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 oh. Okay. Ah, okay, das da hoch. Ja, okay, ist klar, ist klar. Da sprüht sich auch Funken raus, du. Okay. Alles klar. Das heißt, ich muss wahrscheinlich erstmal hier entlang, ne? So, pass mal auf, hier. Okay, 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 okay. Dann muss ich wahrscheinlich jetzt hier rüber, ne? Da, guck, hier. Jawohl. So läuft die Sache. Okay, alles klärchen. Sehr schön. Ah, hier muss ich hin. Okay. Okay, anscheinend sieht es dann so schon mal viel besser aus. Coole Sache. Coole Sache, coole Sache, coole Sache. Okay, das müssen wir noch da drüben hätten. Alles klar, okay. So, meine Damen und Herren, wir müssen wir lang. Okay. Oh, warte, was ist da? Ah, 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 komm. Komm mir jetzt gar nicht auf die Idee, ja? So, hast du da vorne. Dankeschön. Aha. So, okay. Das heißt, ich kann jetzt hier drauf springen, ne? Ui! So nicht. Okay, 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 okay. Das heißt, ich komme jetzt hier entlang, oder? Okay. Ja, würde ich auch sagen, ne? So, okay, hier, Brücke aktivieren. Äh, hallo? Äh, hey, Leute, bitte mal ordentlich, ja? Dankeschön. Jetzt, ah, perfekt. Tada! Komm, lieber, ist es sicher, glaube ich. Äh, wäre ich ja auch langgekommen. Okay, okay. Okay, uh, hier, guck mal, alles voller Lava hier. Holy moly. Was ist denn hier hinten noch? Was ist hier hinten? Moment, da muss ich auch mal gucken. Hier, guck mal, da. Ja, ja, ja. So, was haben wir hier? Okay, das ist nur eine Textnachricht. Alles klar. So, hier schaue ich auch mal rein. Okay, was ist hier alles drin? Okay, dankeschön. Nehme ich alles mit. Können wir gebrauchen. Das können wir gebrauchen. Okay. So. Okay. Ist hier unten denn irgendwas? Okay, warte mal. Blub. Einfach mal gucken. So, aus reiner Neugierde, ja? Nur so aus reiner Neugierde. Okay, aber hier scheint nichts Interessantes zu sein. Okay, alles klar. Ich werde wieder da hoch gehen. Ich bin halt neugierig, Leute. Es tut mir leid. Ja, so, kommt, weiter geht's. Dieser Ort sieht wie der Berg aus, bevor der Film ihn verdorben hat. Er hat die Anlage rekonfiguriert. Oh ja. Eine Aufzeichnung und eine Warnung. Alles klärchen. Kennst du diesen Namen etwa? Ja, aber... Ich weiß, dass er es klingt. Vielleicht sagt man uns die Stimme mehr, wenn es noch weitere Nachrichten gibt. Wahrscheinlich. Gehen wir weiter. Aber erst mal hier. Audio Punkt. Erst mal hier. Das ist ne gute Frage. Okay, aber wir gucken mal weiter. Wir gucken mal weiter. Okay, hier war jetzt nichts mehr drin gewesen, was wir noch mit denen konnten, oder? Oh, alles klar, alles voll. Ist alles voll, ich kann nichts mehr mitnehmen. So, okay, gehen wir mal hier rein. Okay, was wird uns hier wohl erwarten, ha? Oh, shit. Okay, kann ich die auch zerstören? Ich werde einen Weg suchen. Oh, holy. Holy shit, ey. Ist ja richtig böse. Ich schau's, hat er noch einen. Aua. Komm doch mal auf, der Mist. Los, mit ihr. Aber, wie geht's, was du denn traurig? Boah. Aber, wie geht's, was du denn traurig? Ja. Ich hab' den Motor nur geschnüttelt, oder was? Aber ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Da, 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 da. Ja, da, da. Stopp. Da. Läuft. Holy moly. So, okay, weil hier ist eine Brücke. Hier ist eine Brücke, da gehe ich erstmal drüber. Hier. Okay, sehr schön. So, erstmal hier hoch. Okay, wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Okay, da geht's dann wieder zurück. Alles klar. Okay, okay, und dann geht's irgendwo dort lang. Alles klar. Okay, 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 okay. Schauen wir erstmal, wo wir hier langkommen und was wir genau machen müssen. Oh. So, sehr schön. Holy shit. Okay, tatsächlich müssen wir hier lang. Aber wir brauchen erstmal eine Brücke darüber, ne? Wahrscheinlich müssen wir erstmal... Wo geht ihr denn jetzt lang? Nicht jetzt? Nicht jetzt? Ist halt da lang gegangen. Cool. So, aber irgendwie müssen wir ja darüber, ne? Okay, warte mal, ich gucke mal. Gibt's bestimmt auch irgendwie eine Brückenmöglichkeit, oder? So, warte mal. Okay, da müssen wir dann entlang gehen. Richtig? Okay. So, schauen wir mal nach Brücke. Okay, was haben wir hier? Da ist nix. Okay. 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 Oh, 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 oh. Ich bin hier nirgends wo so ein Brückending. Ach da, okay, alles klar, da ist es. Ich muss Urea und Arata drüber bringen. So. Jawoll, läuft. Das war eine gute Jagd. Ne, meine ich auch. So, jetzt hier hoch und jetzt müssen wir da lang. Und jetzt bin ich. Okay. Oh, was ist das? Warte. Okay, aber hier nur ein Textprotokoll. Das bringt uns jetzt gerade reichlich wenig. Okay, was haben wir jetzt hier? Okay, das wird wieder ein Abenteuer. Holy moly. Okay, irgendwo da unten. Okay, 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 okay. Dann müssen wir wahrscheinlich hier irgendwo entlang. So, ich geh mal, ich geh mal lunsen. Ja, ich geh mal gucken. Ich, ich find den Weg, ja. Ja. Oh, hier runter. Alles klar. Hier entlang. Oh, warte mal. Hier ist eine Kiste. Dankeschön. Okay, und hier geht's dann nicht weiter. Ha, ha, ha. Och, hier, es geht hier runter. Hey, warte. Hier rüber. Noch eine Konsole. Aber erstmal geh ich hier in die Kiste ran. Jetzt gucken wir erstmal hier, was hier drinnen ist. Okay. Nehme ich mit, nehme ich mit. Dat, dat. Das hier, das hier. Okay, alles klar. So, direkt wieder Sachen herstellen. So, da kann ich auch wieder Sachen herstellen. Das ist cool. So, okay, 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 okay. Jupp. Das soll dann erstmal so reichen für den Anfang, ne? So, okay, geht ran. So, okay. So, okay. An alle anwesenden Menschen, die Rekonfiguration der Anlage hatte Instabilitäten der primären Geothermalleitung zur Folge. Es ist möglich, diese Schwachstellen zu nutzen, um kompromittierte Elemente dieser Anlage zu zerstören und die Hintergrundstabilisierung größtenteils zu erhalten. Übernahme bevorstehend. Ich verstehe nicht, was die Stimme uns sagen wollte. Sie suchte nach einem Weg, den Dämon zu besiegen. Guten Tag und Erfolg. Holy moly. Okay, 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 okay. Was haben wir hier? Wir haben ja eine Audio. Okay, alles klärchen. 28. November. Operation Enduring Victory macht Schlagzeilen. Der Pharaoh Schwarm rückt an. Anita scheint Firebreak für den Verstecken zu wollen. Das heißt, sie glaubt, dass wir verlieren werden. Und der Schwarm Yellowstone erreichen wird. Mein Gott. Wenn das geschieht, sterben so gut wie alle. Alle aus das Seilen. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken. Okay, hilft deinem Verbind... Okay, alles klar. Wir müssen über diesen Abgrund. Ja, sieht aus, als müsste ich wohl rüber. Wieder. Ganz genau. Holy moly. Okay, okay. Das wird mir ja lustig. So, okay. Da geht's dann wieder nach oben. Alles klar. So, okay. Wollen wir uns mal hier unten ein bisschen umgucken? Hallo. Na? Gute Nacht. Dankeschön. So, wo ging's jetzt gerade hier mal rum? Ah, hier, guck mal da. Hau ab. So. So. So, okay. Dann bin ich hier. Was kann ich hier machen? Oh, okay. Okay. Guten Tag. Ich fahr mal mit, wenn's recht ist. Oi, oi. Und Dankeschön. Okay, was haben wir hier? Da ist auch nichts Interessantes. Alles klar. So. Hier geht's jetzt lang. Hier geht's lang. Hoi. Dankeschön. Och, bitte. Bitte. Aloy. Bitte da rüber. Dankeschön. Okay, 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 okay. Warten wir ganz kurz. So, einmal hier rüber. Dankeschön. So, läuft. Und flop, wir hängen dran. Sehr schön. Okay. Dann geht's hier weiter. Warte, warte, warte. Habe ich da was gesehen? Habe ich da was gesehen? Kann ich... Ah, okay. Sehr schön. Okay, Bama, da hinten sind auch Maschinen. Stopp. Und tot. Und tot. Tschüss. Boah, einmal hier rüber. Jawohl. Dann hier rüber. Darüber. Und dann hier rüber. Jawohl. Okay. Dann müssen wir da dann dran. Dann müssen wir hier rüber. Dann müssen wir hier, hier und da runter. Jawohl. Okay, aber wo als nächstes landen? Das war wirklich da unten lang. So, mal essen. Wo ist eine Maschine? Ich habe mich gerade eine Maschine anvisiert. Okay. Okay, 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 okay. Einmal hier runter. Okay. So, weg damit. Was ist hier? Dankeschön. Äh, Aloy, bitte. Hallo, Aloy, bitte. Bitte dich. Sage mal. So, warten wir kurz. Mir ist nämlich zu gefährlich. Das ist der, sieht gut aus. Okay, okay, aber wie geht es als nächstes? Ah, hier geht es als nächstes lang. Okay. Okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. So, okay, darüber. Und dahin. Jawohl, jawohl, jawohl. Es läuft. Dankeschön. Ach, herrlich. Ah, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Guten Tag. Maschine. Geht gut. Rennt hier noch eine rum. Okay. Bup. Dankeschön. Ah, okay. Sieht gut aus. Okay. Okay. So, die ist schon mal weg. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Heißt, ich muss jetzt an die ran. Klop. Und dankeschön. Ah, es läuft noch alles wunderherrlich. Okay. Okay. Okay, zeig dir den Ausflug. Okay, alles klärt. Wo kommt die Nächste? Oh, dankeschön. Herrlich. Die Frage geht es jetzt nur, wo wir abspringen müssen. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Ich glaube, ich weiß wo. Okay, dann glaube ich hier oben, ne? Wir springen hier oben ab. Und... tschüss. Und... tschüss. Holy moly, was ne Arbeit hier. Uiuiui. Das wäre beinahe schiefgegangen, Leute. Das wäre beinahe schiefgegangen. Okay, alles klar. Einmal hier. Die anderen werden es leichter haben, hier zu kommen. Ganz genau. Hättet ihr mitkommen können, ja? Hätten es nur nachmachen müssen. Aber egal. So. Seid ihr da? Okay. Jetzt das Gespräch mit Anita Pudget. Als Anhang hierzu. Falls jemand das hier je findet. Ich werde sie nie wiedersehen. Und Zion auch nicht. Und das muss ich hier auch sagen. okay alles gleich immer weiter wollen wir hier noch schön die kiste gucken diese steuerung hier die macht mich heute noch wahnsinnig okay oha geschehen sind was ich weggebrochen zu sein okay das ist nur ein textprotokoll alles klar so mal gucken wie hier entlang kommen okay 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 Oha. Das heißt, hier kommt das hier, ja? Okay. Okay, wollen wir mal gucken. Oh, okay. Das wird jetzt wieder lustig. Oh. Okay. Okay, 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 okay. Warte mal. Drehen wir jetzt erstmal an den hier. Okay. Okay, das funktioniert so schon mal nicht. Das weiß ich jetzt schon. Das weiß ich jetzt schon. Okay, warte mal. Das muss ich so machen. Das muss ich anders machen. So, das dreh ich mal so. Ja, und dann dreh ich statt hier anders. Ah, nee, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Okay, aber wenn ich das hier drehe, das hier, okay, das könnte funktionieren. Aber dann funktioniert das wiederum nicht. Oh. Okay, viele Auswahlmöglichkeiten gibt es leider nicht. So, das heißt, hier ist der Beginn. Das heißt, ich kann nur in diese Richtung oder ich kann nur in diese Richtung. okay, 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 wenn ich aber hier in diese, warte mal, wenn ich die hier jetzt mache, oh, okay, ich versuche es einfach mal. Oh, okay, 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 das heißt, ich würde einfach mal von hier rückwärts bauen. So, das bedeutet, das wäre dann so. So, das bedeutet, das wäre dann so. Warte mal, so gedreht, so gedreht. Das heißt, dass es hier so zurückfällt. So, das heißt, das hier wäre dann das, 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 okay, dann hier, so, warte, so, zack, zack, okay, 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 das so. So, nee, quatsch, doch, das so. Aha, haha, ha, 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 so, warte. Nee, das würde auch nicht gehen. Das würde ja auch nicht gehen, okay. Dann doch das so. Ha, ich hab's raus. Ich glaube, ich hab's raus. So. Holy. Das funktioniert. Partielle Wiederherstellung initiiert. Analytischer Nexus der Yellowstone Caldera online. Stimme des blauen Lichts. Hier ist du, Rhea. Deine Dienerin. Deine Freundin. Sag mir bitte, wie ich dir helfen kann. Urea, der Dämon baut Jägerkiller. Tausende von ihnen. Viele neue Eliteeinheiten wurden bereits entfesselt. Um die Bedrohung zu kontern, muss der Großteil der Einrichtung zerstört werden. Rückeroberung steht bevor. Geht in den Kernraum. Ich versuche, die Dämonkungen aufzuhören. Meine Liegen sind auf mich. Aber ich bin... Aber dann... Okay, das sieht jetzt böse aus. Mehr können wir von hier wohl nicht mehr erwarten. Diese Festung zerstören. Ist das überhaupt möglich? Und was würde mit der Stimme passieren, wenn ja? Ich weiß nicht. Aber das ist wohl der Kern. Die Antworten sind da unten. Hephaestus. Der Dämon. Er lässt den Ort bestimmt bewachen. Er wird uns mit allen Mitteln bekämpfen. Ich bitte dich. Überlass Aayla und mir die Aufgabe. Und rette dich. Aber ich kenne deine Antwort. Dann führ uns in die Schlacht. Oh yeah. Das wird jetzt lustig. Das wird jetzt lustig. Yay. Ich freue mich. So. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier runter, ne? Weiter in Richtung des Kerns. So. Okay. Das heißt, wir müssen da rüber. Oh, was Sion noch gemacht hat. Der Fest ist gefällt es nicht besonders. So. Erst mal das hier mitnehmen. Dankeschön. Weil wir werden alles brauchen, was überhaupt nur, sag ich mal, möglich ist, ne? So. Okay. Darüber. Darüber. Okay. Sion sagt er was von Beschränkungen. Ist der Turnpapel da? Okay. Ja. Okay. Ja. Ja. So. Okay. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das jetzt hier platt bekommen. So. Der ist schon mal hin. Hallöchen, Schnuckiputz. Na, wie geht's dir denn, ha? Die neue Einheit vor der Sion. Wahnsinn. Autsch. Das macht sich Aua. Wow. Nicht so, Alter. Nicht so. Aua. Aua, Aua. Oh, das tut weh. Oh, das tut weh. Autsch. Aua. Ja. Auf der Mäst. Aua. 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 molly molly alle ist alle Nö, wird er nicht. Aua! Du Arsch, du Bläder. Okay, jetzt sind wir mal dich hier. Das ist böse, das ist ganz böse, ist das. Boah, sagen wir mal, diese Maschine, die hat sich echt auf mich abgefädigt. So, gute Nacht. Schlaf schön. Du Arsch, du Bläder. Okay. Oho, warte mal hier. Sack. Nein! 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 Aurea! Nicht! Stimme! Seien, bitte, hilf mir! Ich bin nicht. Ja! Ah! 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 Beschränkungen aufgehoben, Zugriff auf Kern erlangt. Ich leite eine Kettenreaktion ein, die die kompromittierten Elemente der Anlage zerstören wird, um die Stabilität der Caldera zu gewährleisten, muss ich meine Kontrollfunktionen jetzt ins Hilfszentrum transferieren. Aurea, ich bin frei. Das ist gut. Ihr müsst fliegen. Ui, ui, ui. Meine Schwester. Hier bricht mich alles zusammen. Aratak! 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 Überlebe. Siege. Du bist Banuk. Was uns zählt. Was? Oh ja, aber jetzt ganz geschwind. Ja, raus jetzt hier. Auf! Bewegung! Beilung! Okay. Eins von diesen! Es geht nicht anders! Genau. So muss ich laufen. Okay. So muss ich laufen. Okay. Achtung! Räumt mich nach oben, Arathak! Jack! Ich brauch etwas Sprengstoff! Eine Bombe! Schnell! Holy! Ja, so kann man den Berg auf verlassen. So ist das auch in Ordnung. Ja, warum nicht? Hahaha! Yay! Traumhaft! Damit ist auf jeden Fall der Dämon besiegt. Das ist cool. Das ist richtig cool. Ich bin ja... ...und ich habe den Berg aufgehauen. Oh! Oh, ja! Oh, ja. Oh! 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 sie sagte sie wolle sich ins hilfszentrum transferieren sie meinte volorias zufluchtsort am ende des schamanenpfades dort werde ich dich treffen zur letzten strophe ihres liedes also ich bin es traurig dass sie gestorben ist es ist schon traurig herren zurück zu reas zufluchtsort ja das machen wir aber leider nicht mehr in der folge die ja jetzt haben wir in der folge wirklich schon sehr sehr viel gemacht und die folge ist wirklich schon sehr sehr lang geworden deswegen seht ihr jetzt hier an der seite noch mal zwei weitere videos zu reisen natürlich zu reisen und natürlich auch die playlist und ihr findet ja auch noch die verlinkungen zu meinem haupt channel schaut da gerne mal vorbei würde mich auf jeden fall freuen aber jetzt wünsche ich euch noch einen traumhaften tag lasst es euch gut gehen und wir gehen wir sehen uns wieder zur nächsten folge haut rein